Endergebnis der Parlamentswahlen in Südafrika. Der seit 30 Jahren allein regierende afrikanische Nationalkongress ANC hat seine absolute Mehrheit verloren. Wie die Wahlkommission mitteilt, kommt der ANC auf 159 der 400 Mandate. Die größte Oppositionspartei, die Mitte rechts ausgerichtete Demokratische Allianz, wird zweitstärkste Kraft und kommt auf 87 Mandate. Dritte Kraft wird die neu gegründete Partei MK von Ex-Präsident Jacob Zuma. Zuma boykottierte jedoch die Verkündung der Wahlergebnisse und beklagte Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung. Der ANC des amtierenden Präsidenten Cyril Ramaphosa dürfte sich nun um eine Koalitionsregierung bemühen. Denkbar wäre aber auch eine ANC-Minderheitsregierung.